Hallo und herzlich willkommen auf Sunny TV. Heute wieder Schlitter. Jo, ich musste nur schnell dieses Video machen, weil ich Dritter bin. Ja, Sunny TV. Jetzt bin ich wieder Zweiter. Yay. Ich war gerade eben Erster. Sogar zweimal gerade. Ja, jetzt schaue ich einfach wieder, dass ich ein bisschen vorkomme. Hoffentlich stirbt der eine, dann bin ich wieder oben. Ähm, ich glaube, der erste Platz, da will mich irgendwie erwischen, der Typ da. Ähm, äh, schafft's aber nicht. Hoffe ich mal. Ich muss jetzt auch echt vorsichtig sein. Ja. Ui. Ne, der bringt mir nichts. Das bringt mir genauso viel zurück. Sag. Sag. Ui, will der mich einkesseln? Ne. Aber wenn ich den erwische, bin ich wahrscheinlich wieder vorne. Das heißt... Ah. Das hat sehr nicht kommen. Ja. Dankeschön, 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 Dankeschön. Da unten habe ich auch irgendwas gesehen gerade. Oi. Warum ist der denn da? Nein, scheiße! Fuck! Oh, scheiße! Fuck! So ein Arschloch! Oh, Mann! Aber ich war halt gerade Erster. Warte jetzt gerade. Also jetzt habe ich mal gesehen, ich war Zweiter. Wollte mir schnell davon ein Video machen. Ja, das heißt, das war jetzt auf Sunny TV Slither.io das siebte Video. Also, Erster Platz. Naja, wir sehen noch mal Zweiter Platz. Also, sag ich Zweiter Platz. Na gut. Ciao, bis zum nächsten Video. Tschö!